In diesem Video wollen wir uns mit der, ja man sagt Anatomie, einer App auseinandersetzen. Wie sieht das Ganze auf dem Dateisystem aus? Wie sieht das Ganze in Xcode aus? Was ist was? Sodass man schon mal einen groben Überblick bekommt. Und des Weiteren erstellen wir hier eine App, mit der wir im Kapitel 2 immer weiter arbeiten werden. Ein wesentlicher Bestandteil von iPhone-Apps ist natürlich das Benutzerinterface, die Benutzeroberfläche, das Userinterface, wie es heißt, also UI-Kram. Und ganz wichtig dabei ist das Konzept der sogenannten Views, dieser rechteckigen Bereiche, die wir auf dem Schirm platzieren können. Und deshalb nennen wir doch unser Projekt, was wir hier erzeugen, wieder eine iOS-Single-View-App. Einfach View und so. Und werden damit also Schritt für Schritt hier weiter arbeiten. Zu den Sachen brauche ich nichts wiederholen. Das hatten wir schon im Video vorhin. Sparen wir uns doch die Sendezeit. Also View und so. Und wo legen wir das Ganze hin? Das legen wir in Einsteiger, Kapitel 2, Step 1. Denn ich werde das immer wieder kopieren, dass ihr zum Video hier auch den passenden Quelltext immer findet. So. Also. Jetzt haben wir also unser Projekt erzeugt und stehen wieder in Xcode. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht das Ganze denn auf dem Filesystem aus? Dann holen wir uns doch so einen Finder und gehen in die App-Werkstatt. Udemy, Einsteiger, Projekte, Kapitel 2, Step 1. Und hier haben wir es schon. View und so. Also. Wenn ich in Xcode ein neues iOS-Projekt mache, dann legt mir Xcode standardmäßig einen Ordner an. Einen Ordner in dem Verzeichnis, wo ich es eben haben wollte. View und so. Was haben wir in dem Ordner? In dem Ordner befindet sich unsere Xcode-Projekt-Datei und ein weiterer Ordner. So. Was ist jetzt Xcode-Projekt? Es ist keine Datei. Es ist wieder so ein Bundle, wie das unter in der Apple-Welt heißt. Und das heißt, hier ist es also ein Verzeichnis. Und letztendlich kann ich ja mit rechter Maustaste Paketinhalt zeigen, mir mal in dieses Verzeichnis hineingehen. Und wir sehen dann hier eben so ein Project-File. Wir sehen ein Workspace und ein User-Data-Verzeichnis, was eben auch noch Daten enthält. Also das verbirgt sich hier hinter so einer Projektdatei. Da muss man aber wirklich sehr, sehr selten mal rein und da Änderungen vornehmen. Also ich würde sagen, im Einsteigerkurs sowieso nicht. Dann haben wir aber einen weiteren Ordner, der dann noch einmal so heißt wie unsere App. Hier also View und so. Und da finden wir dann die ersten Dateien zu unserem Projekt. Wollen wir mal schauen. Da haben wir also so etwas wie AppDelegate.swift. Und dann gucken wir mal in Xcode in unser Projekt. Aha, AppDelegate.swift. Haben wir also tatsächlich hier eine Source-Code-Datei. ViewController.swift finden wir auch. Haben wir hier auch in Xcode. Prima. Jetzt haben wir aber auch noch ein Main-Storyboard und ein Launch-Screen-Storyboard. Hm, wo finden wir denn die Dateien hier? Sollen doch angeblich auf derselben Ebene sein. Ja, und da kommt dann schon was Besonderes. Wer also aus der Java-Ecke kommt, Eclipse oder so, da weiß man, die Projektstruktur ist gleich der Verzeichnisstruktur. Das ist eben in Xcode nicht so, sondern hier sehen wir zum Beispiel, dass die beiden Storyboard-Files in einem Base.language-Project-Folder drin sind. Und L-Project, Language-Project, das deutet dann schon darauf hin, da hat es was mit der Übersetzung zu tun, mit der Internationalisierung und Lokalisierung. Und wir sehen also in diesem Base-Ordner, der jetzt die Basissprache, wenn man nichts ändert, ist das zunächst mal Englisch, hat, dass da drin unsere Storyboard sich befinden. Ja, also Lokalisierung, das ist wiederum ein anderes Thema, werden wir uns auch noch mit beschäftigen. Jetzt ist eigentlich nur wichtig für uns, dass wir sehen, es gibt diese Dateien Main-Punkt-Storyboard, wie hier Main-Punkt-Storyboard und Launch-Screen-Storyboard, wie hier, aber nicht zwingend auf derselben Ebene im Filesystem, wie sie im Xcode-Projekt angezeigt werden. Also ist so gedacht, works as designed, wie man so schön sagt. Also Xcode setzt da nicht zwingend auf die Struktur des Projekts, wie sie im Filesystem ist. Ja, und das war eigentlich die erste wichtige Info zu unserem View und so Projekt. Und wir machen dann gleich weiter im nächsten Video.